13. Mai 2021, Westpark Dortmund. Wie ihr seht, seht ihr nix, es ist geil im Westend, wer heute Bombenwetter wie immer, die Sonne scheint, Carsten. 13. Mai 2021, keine Leute im Westpark, doch es sind Leute im Westpark, aber was wäre hier los, wenn es gar im Westland wäre, das wäre das absolute Jahreshighlight, auch für uns. Ich wäre nervös, Xenia wird ihre schwarzen und weißen Tasten sortieren, die Bläser wird sich einspielen, du würdest hin und her rennen, weil es immer irgendwas zu erledigen gäbe und alle hätten Spaß. Dieses Jahr nicht. Ja, sie stehen hier quasi auf der Bühne und was bleibt uns? Die Hoffnung. Die Hoffnung. Durchhalten. Auf das Jahr 2022 Sky im Westend. Gesund bleiben, Spaß haben, trotzdem versuchen Spaß zu haben, gesund zu bleiben und sich den Termin für das nächste Jahr schon mal verrat halten. Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt 2022 Sky im Westend. Ja, wir sehen uns wieder, oder? Ja, hoffe ich doch. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao. Ich bin ein Lieblings- und bescheid. 灰 Schario Guakert 2022 Sky im Westend gescheiden. Innes Sie, oben haben wir wichtig, verplegten, Gerät vor Träte, aber sogar Fireball來iert erfreulenden bägen der72 성en. Ich bin Ratherqué, amip ihnen nicht. Ich bin брafaopers und Scharioortic Ich habeouldobs Nickpaarwu im testemperten 중. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.